hallo meine freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal mit dem movie display hallo wir haben ja genau gestern das video das kam hier am ende ganz schön ruhig von mir sagt daran weil ich einfach meine pfeilerkamera rein ja und gute nacht sagen alles weil er zettmode wollte und wieder vergrösen muss ja sollte ich unbedingt auf ton haben da alles rausschneiden und so das ist auch doof schon auf der schocken drücke hat aber nicht akzeptiert hier und dann kann man das was kann weiß egal ist also die beiden fast wieder fertig geladen die beiden fast fertig geladen noch die wir nicht so gut der ball aber egal Und hinten noch jeweils zwei Stück drauf, auf die einen Höhle, auf den einen doch zumindest. Das ist halt nicht ordentlich geladen, der Hänger mal. Das ist halt kein so ordentlich geladener Hänger. Die Ecke noch zwei Stück, den Rest nehmen wir dann wieder Gabel mit vom Lader. So, wie seht ihr, der Trecher ist fertig, der Deutz ist am Hof angekommen. Und dann werden wir die gleich mal nach und nach fahren lassen. Ich würde dann erst den Deutz, den Fendt, lassen wir abtanken. Keiner treten, der nimmt mich wieder weg von dem Fendt. Und dann machen wir die anderen Beine. Das ist hier mal gerade so. Wir stehen am Feld. So, schau. Schau mal aus. Entlassen. So. Ist nicht geschwächt, egal. Können wir auch gleich noch pressen kommen? So, ob ich im anderen Feld drauf. Mal gerade gucken. Gerste, okay. Das heißt, da kommen dann Gerste ab. Was bringt ein Stinkel? Mhm. Ich soll am meisten, weil das Feld war sehr klein, da kamen echt viel runter. Also nicht sehr klein, aber auch nicht sehr groß. Deswegen sehr viel kriegen, da ich dachte, ich mach mal denkel. Ja, das geht schief. Ist auch doch, das geht schief. Dann ist das Schneidwerk zu haben, was wir hier stehen. Moment an, nehmt nächst ab. Ich kann eh nochmal hier hin. Ich kann eh wieder hier vorbeifahren, da kann ich gerade mal so hoch. Mal den hier alles an. Da fängt er gleich direkt wieder wegfahren. Boah. Einfahren. 16 mach ich mal. Ja, auch. Ach gut, hat kein Collegator-Schild. Ich fülle 16. 16. Ich schaust, oder? 16. Aha, falls es fällt, doch. Okay. Oh, die Straße verschüttet. Oh nein. Die Straße verschüttet. Also, keine Frage. Da hat mal die Halle gestanden. Früher hab ich mal gesetzt, ob die geht. Das ist drüber, äh, und dann hab ich hier die Halle hingesetzt. Da vorne, wo es, wo es fällt ist. Da kämen sie auch wieder hin. Da kämen ungefähr die Halle hin. Ja, auf die anderen Ecke kämen dann noch den Boden hin zum Lager und alles. So Lagerplatz und so hab ich gedacht. Dich. So, dann machen wir einen Kurs von hier nach. So, schade. Der fährt einen Kurs direkt, das wäre echt geil. Da haben wir direkt durchfahren lassen können. Den Helfer. Das wäre schön gewesen. Direkt komplett durchfahren. Dafür machen wir jetzt einen Kurs. Gehen. Der heißt dann, fällt für 1314 den Hof. So, einklappen. Hab ich den Verkehr ausgemacht? Ich hab mir das Gefühl, weil hier kein Auto kommt. Stoppen. Speichern. Feld. 13. 14. Ich bin jetzt gleich noch mal weg. Ich fahre weiter. Tschö. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 dann können wir dann komplett den ganzen Kurs aufhören lassen. Das ist bestimmt geil. Aber die werden viel Stroh, wie wir es schon haben. Oh, es steht noch. Auch die zwei Beine sind von der Gabel abgefallen. Ein bisschen weiter vor. Bitte bleiben. Bleib stehen. Ja genau, super. Super, der Trigger ist gemacht, super. Abweilen lassen. So. Lassen Sie mich auf ein, drei Mal an. Ganz auf dem Anfang zu tun. Was ich mal machen will. Wir kaufen uns den nächsten Striegeln. Und um in der ersten Wachstumphase striegeln. Da habe ich richtig Bock drauf, ey. Ich habe schon noch nie gemacht, wirklich das Striegeln. Noch nie. Alles. Helfer. 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 Ich glaube, das hat schon getrunkt. Was ist denn, was haben wir dann? Die Furztor. Okay, die sind jetzt einmal. Schade. Die war weiter. Ah, du machst das irgendwie. Ablaan. Ich muss hier langsam reinfahren. So viel. Weiter. Ich will weiterfahren. Ich fährst eigentlich den Bergseid hoch. Du siehst, dass es nicht funktioniert. Jetzt einfach reinstellen. Hä, was hast du denn jetzt gemacht? Das muss ja leider nicht ganz so, wie ich es hoffte. Einmal drehen. So. Oder ist es jetzt so umständlich, sich einmal zu drehen? Jetzt kommen wir vorhin noch einen guten Tipp nach raus. Das ist jetzt einfach wieder heim. Wenn du daheim bist, super. So, jetzt fahren wir mit dir auch mal heim. Jetzt mal pladen. Puh. Wieder schön ein paar Sachen am Lager. Mal wieder hingehen können. Bald irgendwann vielleicht mal Lagerverkauf machen. Oder irgendwie Sachen produzieren. Ich habe es gefunden. Wir können Saatgut produzieren. Da können wir Weizen machen. Saatgut. Und wir können auch... Ähm... Heißt es? Bäckerei. Da gehen ja auch... Ich glaube... Sonnenblumen, Dinkel und Robben. Gehen zur Sonnenblumenfabrik. Wir gehen zur Bäckerei. Da kann ich auch was machen. Ich habe mich jetzt gedacht, ich würde die Bäckerei einsteigen. Klar. Erstmal würde ich sagen, ich brauche mal mal Paletten. Kartons. Und dann würde ich sagen, ich sparen wir erstmal lieber auf die Bäckerei. Ich würde auch vorerst sparen. Ich habe gedacht, wir gehen hin. Ein, zwei Felder vielleicht direkt mit der Primus machen. Das war meine Idee gewesen. Primus wollen direkt mit der Primus drüber fahren. Ich glaube, das machen wir auch. Vielleicht haben wir so viele Beine. Wir können sogar die Beine eigentlich oben lassen. Ich glaube, wir müssen die Primus hier aufstellen. Also mit dem Hänger erstmal so ab. Der Rückaufsatz von mir aus. Ich würde aber die ganze Menge so aufstellen. Einfach. Nicht die ganze. Nicht die Tricker. Gar nicht. Mit dem Hänger. Tricker brauchen wir noch. Wofür war ich jetzt nicht direkt, aber wofür werden wir noch brauchen? Dann werden wir erstmal hier hinstellen. Aber die haben ja ein paar. Okay. Dann haben wir durch. Also, ich brauche ja, dass wir nicht düngst und so ein Fenster. Ja, Betrack so komisch. Hier. Gut, da unten fährt er. Jetzt wählst du die Sämaschine und dann fängst du an zu säen. Ich will mich auch nochmals mal hinten dazwischen. Brauchen. Da war es doch gerade da. 3000. Da sind einfach drei Paletten. Drei. Dann haben wir gleich die Prämis. Ich will hier gleich noch die Prämis. So Bock drauf. Genau, wir können das Fass anhängen und können die Gülle wegfahren. Dann haben wir mal's morgen. Dann mache ich jetzt nicht morgen. Ich habe heute keine Lust. So, wenn wir die Prämis holen. Das will ich erstmal die Prämis holen. So, dann wollen wir erstmal wieder kommen, was die Beine verarbeiten. Wir haben da, glaube ich, acht Beine unten. Zwei drauf. Acht. Zwo, vier. Vier. Acht. Zwölf. Vierzehn Wallen. Vierzehn Wallen. Okay, dann reicht es erstmal. Vierzehn Strohwallen. Ob ich eigentlich nicht mehr reinfahren können. Ah, ich war nicht so offen. Gut. Wir wollten noch Eis häxeln. Wir wollten noch Eis häxeln. Da war ja noch was. Ich muss dann holen erst mal die selben Eis drin. Wir fangen auf Feld 1 an. Häxeln. Dann halte ich den Rest mit. Irgendwelchen Sachen. So. Träume noch Dünger. Können wir erst noch kaufen. Das Essen Zeugs. Das Zeugs. Passt aber. Stoicherweise passt das. Ich glaube, dass wir sogar noch Feuer grubbern. Hm. Das ist selber einiges Video. Egal. Lassen wir das alles mal stehen, will ich sagen. Trischer. Was auch hier stehen ist uns egal. Ich will jetzt noch Case nehmen. Also, ich hole jetzt noch die Primus. Am Anfang erst mal den Hofbeinerplan, würde ich sagen. Ich probiere noch Melasse und Wasser. Auf jeden Fall dann mehr. So. Und die Primus erst mal wieder weg. Warum ist das erstmal nicht? Ready Ultima. Da geht erst nur noch dann um die Rekke verkaufen. Irgendwo. Dann haben wir direkt Hänger frei zu kriegen. Ich glaube, ich muss das schon erstmal hier vorne hin. Ready Ultima. Das ist auch die ganze Zeit Primus schon. So. Jetzt gehen wir aus. Äh, P. Gucken. Was kostet die denn? Ich freue mich schon. Meine Hände grillen schon. 80. Wir sagen mal 300.000. Ende. Können wir auch noch die klassische Bank 300.000 kriegen. Wir können X mehr aufnehmen. Okay. Alt 9. Nein. Äh, ja. Cheating. Cheating will ich jetzt auch nicht. Entfernt ist das. Nein. Ende? Nein. Hä? Ist der G Ende? Da bin ich rausgeteilt. Ende. 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 Was denn? Wieso will ich nicht mehr? Aha. Ist also wieder. Äh. Kredit bearbeiten. Und aufnehmen. Bank verlassen. Was? Ähm. Ja, wir sagten 300.000 Quadratmeter. Das mache ich jetzt einfach mal so. So. Wir haben noch 100.000. Füllen. Okay. Ich habe 300.000 Schulden bei der Bank. Die kaufen uns so. Ja, gut. Klappt. Super. Zündbeinauflöser. Kaufen. Super. Na dann. Das Ganze zurück. Boah, hier ziehe ich ja schon auf die gleiche. Da heißt schon mal das Erste. Ähm. Wo bleibt sie? Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Gut. Sie ist hier. Wie heißt der Optum? Hat schon was gesehen. Hat schon was gesehen. Wer erst. Erst mal fallen schon nach. Nee, wir haben keine Hänge frei. Aber wir werden ihn heute nur kaufen, anhängen und hinstellen. Die Primos ist da. Da ist sie. Ja. Da ist die Primos. Da ist sie. Gucken wir den Beinauflöser noch an. Schöne, schöne, schöne Maschine. Es ist noch nicht unseres, noch der Bank. Soweit zurückzahlen. Gar nichts drin, noch kein Wasser. Oha. Ich muss erst mal morgen befüllen. Jetzt mal alles an. Ja, ich würde sagen, das ist gut. Ciao, ciao. Tschöne, doch. Tippa cliché. Bis zum nächsten Mal.